Hey und herzlich willkommen in der Welt von vNeo. Mein Name ist Julius und ich zeige euch heute, wie ihr ganz easy Benutzer zu eurem Konto hinzufügen könnt, die Berechtigungen anpasst und wie ihr die mit eurem Konto zugewiesenen Benutzer verwalten könnt. Außerdem zeige ich euch, wie schnell und einfach es ist, die Sprache eurer Vioneo Oberfläche zu ändern sowie euer Abonnement anzupassen. Los geht's! Wir gelangen zu den Benutzereinstellungen, indem wir hier unten links auf das Zahnrad klicken. Im ersten Reiter Benutzerdetails kann man nicht nur das Passwort, sondern auch die E-Mail und die Sprache ändern. Im nächsten Tab kann man einen Benutzer hinzufügen, indem man auf diese Fläche hier oben rechts klickt. Nun müsst ihr nur noch die erforderlichen Informationen eingeben und habt damit erfolgreich einen neuen Benutzer angelegt. Man kann auch einen schon erstellten Benutzer auswählen und seine Berechtigungen überarbeiten. Im nächsten Reiter können wir unser aktives Abonnement einsehen, sowie ändern und upgraden. Das war es dann auch schon. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.